Und es geht weiter hier bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Wenn ich Auto fahre, dann ist mir eins immer ganz besonders wichtig und das ist die Musik. Denn mit Musik geht vieles leichter, aber im Auto möchte man ja auch einen guten Sound haben und man möchte vor allen Dingen auch Technik haben, die intuitiv bedienbar ist, damit man sich eben auch voll und ganz auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Wir haben Problemlöser für Sie, wir haben perfekte Autoradios für Sie und zwar für sämtliche Preisklassen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Kai an meiner Seite, die auch schon ganz vertieft ist hier in unsere Autoradios. Ich bin ja da seit ich, sagen wir mal, 14 bin mit dieser ganzen Thematik aufgewachsen, weil ich ja lange in der Unterhaltungselektronik zu tun hatte. Und ich kann mich noch an D-Mark-Zeiten erinnern, als du für Autoradios noch 1200 Mark rausgegeben hast. Und mich wundert das jedes Mal wieder, was heute speziell bei uns bei Pearl TV preismäßig machbar ist mit Autoradios und vor allem mit einer großen Ausstattung dabei. Weil das erste Autoradio, mit dem wir anfangen, das ist unser MP3-Autoradio. Das muss ich gleich mal von Anfang an sagen, kostet unter 30 Euro. Und im normalen Fachhandel, wenn du mal durch die Gegend läufst, kriegst du im Moment die Einstiegs-Autoradios zwischen 79 und 99 Euro. Und da wird es dann schon echt hart, muss man wirklich sagen. Also wir fangen mit diesem hier an. Ganz genau. Das ist unser MP3-RDS-Autoradio. Und das ist eine ganz schöne Sache. Es gibt ja viele, die heute sagen, CD im Auto ist so eine Sache. Verkratzt. Zerkratzen sehr gerne, kenne ich auch. Platzproblematik. Und dann auch das Thema immer, man will dann von einer CD zwei, drei Songs hören. Den Rest findet man nicht so gut. Man kann sich heute zwar CDs dann brennen, setzt sich zu Hause hin, aber das geht ja eigentlich alles heute mit MP3 oder mit einer SD-Karte wesentlich schneller und einfacher. Soweit ist die Technik ja inzwischen vorangeschritten. Warum soll dann nicht auch das Autoradio auf die CD verzichten und sich speziell auf die MP3s und halt den klassischen UKW-Empfang beschränken? Wir haben da ein günstiges Angebot für Sie. Und wenn Sie jetzt anrufen, liebe Zuschauer, dann kommt dieses MP3-Radio auch in so knapp 48 Stunden zu Ihnen. Wir gehören da ja mit zu den Schnellsten. Was ich sehr schön finde hier, dass das so rot unterlegt ist, also dass das so rot leuchtet, finde ich, das sieht sehr edel aus, gerade wenn es jetzt dunkel ist im Auto, man fährt abends, dann wirkt das natürlich richtig gut. Nachtbeleuchtung ist so eine Sache. Man hat da über 20 Jahre lang getüftelt und gemacht und getan. Es gab einige Markenhersteller, die damals grün unterlegte Tasten haben. Es ist bloß so, wenn du heute mal im Autobau guckst, es gibt deutsche Hersteller, die haben entweder weiß hinterlegte Ziffern im Armaturen drin, rot unterlegt oder orange unterlegt. Es gibt wenige, die heute noch grün haben. VW zum Beispiel ist vor Jahren mal auf blau umgestiegen. Das heißt, da hieß ja noch, blau macht glücklich. Auch die sind heute wieder auf dem Bereich rot zurück. Und das hat sich eigentlich auch als angenehmste Farbe nachts erwiesen beim Fahren. Und hier ist es eben so, dass die meisten Autohersteller heute eben genau an diese Farben angleichen. Deswegen haben wir hier auch bei unserem Einstiegsradio die Tasten eben rot unterlegt. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil, wie du es gerade sagst, eben nachts das wirklich gut zu sehen ist und gleichzeitig eben noch dieses blau hinterlegte LCD-Display mit den ganz klaren Ziffern vorne drauf einem einfach zeigt, was habe ich gerade für einen Sender oder was spielt gerade. Ist denn das Bedienteil auch abnehmbar? Das war ja damals immer so das besondere Gimmick gewesen, dass man da sagen konnte, das stecke ich einfach dann abends ein. Also das ist heute ein Ausstattungsmerkmal von jedem Radio. Wenn ich hier unten drauf drücke, dann habe ich, und zwar ist das allein schon versicherungstechnischen Grund. Ich darf heute kein Autoradio mal einbauen. Entweder das ist vom Originalhersteller, dann ist es ja normalerweise in die Mittelkonsole integriert. Bei Nachrüstautoradios ist es so, dass ich ganz klipp und klar sage, ich brauche eine abnehmbare Front, weil sonst im Falle des Tiefstahles die Versicherung und die Autoversicherung nicht mehr zahlt. Jetzt schmeiße ich es auch noch um, Entschuldigung. Die Autoversicherung nicht zahlt und deswegen müssen heute alle Panels abnehmbar sein. Und daher natürlich auch bei unserem Einstiegsradio hier der Riesenvorteil. Auch das ist abnehmbar. So, jetzt fällt es mir wieder um. Entschuldigung, jetzt will er gerade nicht. Machen wir es nochmal. Aber das sieht natürlich klasse aus, weil wir speziell auch hier dieses schwarze, schlichte Design haben, was natürlich in jede Automittelkonsole perfekt reinpasst. Und mit dem Rot in Verbindung finde ich das natürlich auch klasse. Ich habe alles auf einen Blick. Also ich muss hier nicht lange überlegen, welche Taste ist denn hier für was? Das würde mich ja auch wieder vom Autoverkehr, also vom Straßenverkehr ablenken. Und das wäre ja eine Unfallgefahr auch teilweise. Also alle drei Autoradios, die wir Ihnen hier in der Sendung vorstellen, sind natürlich gedacht für klassische DIN-Einbauschächte, die ein-DIN-Schachtgeräte. Und da ist es so, wenn ich heute aktuelle Autos habe, habe ich fast, außer bei den Japanern und teilweise noch den Franzosen, überhaupt keine Möglichkeit mehr, ein Autoradio überhaupt nachzurüsten, weil die Autoindustrie das überhaupt nicht mehr will. Und deswegen haben wir hier speziell gerade für den Einstieg, und das finde ich eben ganz schön, wenn Sie jetzt sagen sollten, der Enkel oder die Kinder werden jetzt 18 kriegen, das erste Auto, ist das für ganz kleines Geld natürlich eine tolle Sache, um hier wirklich mal in ein gebrauchtes teilweise dann älteres Auto jederzeit eine aktuelle Technik einbauen zu können. Und daher eben diese Eindienstschachtgeräte. Müssen wir noch ganz kurz auf die Ausstattung gehen. Ich habe einen Audio-Eingang, das bedeutet, ich kann jeden MP3-Player mit einer dreieinhalber Klinker anschließen. Dann haben wir aber gleichzeitig noch einen USB-Stick-Anschluss. Da kann ich mir so vom PC einfach meine Lieblingslieder auf den Stick laden und kann dann den Stick direkt reinstellen. Das ist natürlich auch clever. Und dann natürlich noch die Möglichkeit, sogar noch eine SD-Karte, wie Sie sie normal aus den Fotokameras kennen, auch da reinzutun bis 32 GB, wenn Sie sagen, Mensch, für unter 30 Euro ein kleines Autoradio, was klangstark ist, und übrigens viermal 45 Watt Maximalleistung hat. Wenn Sie viel Lautsprecher im Auto haben, kann man das auch richtig laut zur Disco machen. Dann haben Sie die Bestellnummer. PX 1553 und die 569, liebe Zuschauer. Also wenn Sie jetzt dafür anrufen, für unter 30 Euro, braucht man gar nicht lange überlegen. Kommen wir zum nächsten. Das haben wir hier bei uns in der Mitte verbaut. Und da spricht jetzt natürlich auch der Name bereits für sich, denn das ist Telefunken. Das ist eine Marke, mit der bin ich groß geworden. Ja, definitiv. Also Telefunken auch heute noch auf dem Markt da, nicht mehr ganz in der Brillanz wie früher, aber trotzdem im Autoradio-Bereich heute noch immer sehr, sehr, sehr stark. Mit günstigen Einstiegsgeräten. Das Gerät, was wir Ihnen jetzt vorstellen, ist ein sogenannter CD-Receiver. Das bedeutet also, ich kann hier CDs abspielen, weil es gibt ja viele Leute, die heute sagen, ich habe meine kleinen CD-Boxen im Auto, ich möchte einfach den CD-Klang, weil er ja besser ist als die MP3, weil nicht Daten reduziert. Dann haben wir hier eben den Riesenvorteil, dass wir bei dem Autoradio sagen können, CDs, jederzeit lesbar. Ich kann aber natürlich auch gebrannte CDs, die ich mir zu Hause dann zusammengestellt habe, natürlich auch abspielen lassen. Auch eine sehr schöne Sache. Ja, die hat ja früher auch so manches Radio gar nicht erkannt, die selbst gebrannten. Das war ja immer das Ärgernis. Man hat sich dann so schön seine eigene Hitparade zusammengestellt. Ja, und dann im Auto herrscht Funkstille, weil man hört eben nichts. Passiert Ihnen hier nicht. Telefunken kann das alles lesen. Und was ich hier auch schön finde, ist, dass das ja so wirklich eine kompakte Kfz-Hifi-Anlage ist, weil der kann natürlich jetzt alles, nicht nur CD, sondern auch MP3. Und er kann sogar auch über AUX angeschlossen werden, zum Beispiel vom Handy aus. Handy, dreieinhalber Klinke wieder, oder eben dann dementsprechend auch einen normalen MP3-Player, den du dann genauso fütterst. Das heißt, ich bin hier auf der sicheren Seite. Gebrannte CDs mit MP3-Formatspielter ab, normale CDs auch. Und was ich sehr schön finde, ist, wir haben einen sogenannten Schock-Resistance. Das bedeutet, wenn heute die CD, das kennst du auch, auch früher an dem Auto mal angefangen, ganz genau das Thema, dann liest hier ein Speicher 40 Sekunden von der CD vor. Und diese 40 Sekunden werden gespeichert. Und sollte irgendwo die CD mal springen, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil aus dem Speicher raus werden die 40 Sekunden immer im Wechsel vorne ab schon gespielt. Das heißt, sie haben ohne Knacken, ohne Ausfall hier auch beste CD-Qualität. Und das eben bei 20.000 bis 20.000 Hertz. Also klassische digitale CD-Wiedergabe. Das ist natürlich auch praktisch, weil nichts wäre jetzt ärgerlicher. Man hört gerade sein Lieblingslied über CD im Auto, fährt übers Kopfsteinpflaster und Lady Gaga ist ein bisschen Gaga dann und springt nämlich so alle 10 Sekunden in ihrem Text voraus. Passiert Ihnen hier nicht. Telefunken hat da clever mitgedacht und hat natürlich dafür gesorgt, dass hier alles im Voraus gespeichert wird. Ist eine clevere Idee, liebe Zuschauer. Also wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie jetzt auch sehr gerne anrufen. Die Kolleginnen und Kollegen in der Bestellernahme warten direkt auf Ihren Anruf, sind jetzt startklar. Wir haben die Leitungen frei für Sie unter 0,180, 51, 51 und dreimal die 2. Ich habe ja hier auch eine Titelanzeige, sehe ich gerade. Also er könnte mir jetzt auch anzeigen, was da gerade läuft. Zum Beispiel welcher Sender ich da jetzt, wenn ich UKW-Radio höre, was ich da gerade habe. Radio-Datensystem ist natürlich mit drin. Das heißt, er erkennt jeden Sender Namen, der eben dieses Signal liefert. Das heißt, da steht dann SWR 3 drauf oder Bayern 3. Wir haben aber hier auch zum Beispiel von der CD, die drin ist, natürlich hier von unserem Sebastian Schell eingespielt, eben dann auch die sogenannte ID 3A. Das heißt, bedeutet also, er kann alle die Titelinformationen, die ich auf der CD drauf gespeichert habe, auch ablesen. Weiterhin, und das ist für den Preis auch ein Knaller, habe ich einen Vorverstärker-Ausgang. Das heißt, ich kann das Autoradio mit einer passenden Endstufe zu einem großen Hi-Fi-System im Auto erweitern. Vierkanal-Endstufe, die ich vorne auf zwei Kanale hinten brücken. Mit einem Sub dabei überhaupt kein Problem. Viermal 40 Watt drin. Und natürlich, was viele Leute auch ganz gut finden, ein Ecolizer, bei dem ich nicht nur Bass und Höhen einstellen kann, sondern eben auch gar sagen kann, Rock, Pop, Flat, all diese Dinge. Und das ist komplett in dem Radio drin. Und für unter 50 Euro, liebe Zuschauer, sollten Sie hier wirklich zugreifen, weil das ist echt ein Knaller. Abnehmbares Bedienteil auch mit drin. Die Artikelnummer ist die PX 1563 569. Die 569 hintendran, sage ich gerne, falls Sie uns zum ersten Mal sehen, ist besonders wichtig. Sie bekommen natürlich das Telefunkenradio auch über Pearl.de, dann aber nicht zu unserem TV-Sonderpreis, denn den sichern Sie sich bitte mit der 569 hintendran. Dann weiß die Bestellernahme auch, dass Sie über Pearl TV zu uns gekommen sind und dass Sie den Pearl TV-Sonderpreis haben wollen. Das sollten Sie sich schon mal merken. Die Nummer am besten sowieso ins Handy einprogrammieren. 0,180, 51, 51 und dreimal die zwei. Und das war noch längst nicht alles. Denn jetzt richten wir uns mit unserem Autoradio speziell an die vielen Nutzer der Apple-Geräte, der iPhones und iPads. Und die können natürlich jetzt auch, oder iPods besser gesagt, und die können natürlich jetzt ihr Lieblingsgerät, das Sie ja Tag ein, Tag aus immer bei sich tragen, mit Ihrem Autoradio verbinden. So was habe ich, Kai, bin ich ehrlich noch nie gesehen. Ich finde das genial. Gibt es normalerweise auch nur in höheren Preisklassen. Hier war ich selber auch verwundert, als ich das Autoradio zum ersten Mal gesehen habe. Wir haben ja ein MP3-Autoradio, natürlich Tuner mit drin, FM-AM, den Dock-Connector und noch der Möglichkeit, SD-Karten und auch sogenannte Speichersticks abzuspielen. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, wirklich zu sagen, die direkte Verbindung von unserem iPhone, und da sind eben für alle iPhones die passenden Halter mit drin. Der Vorteil ist hier, dass ich das dann digital abzapfen kann und nicht mehr das Problem habe, aus dem Kopfhörerausgang rausgehen zu müssen, weil bei höheren Lautstärken kann der auch mal anfangen zu rauschen. Also ist hier das digitale Medium sozusagen direkt zum Einspeisen. Das finde ich auch eine sehr tolle Sache. Das sitzt auch gut hier drin. Also selbst, wenn es da mal ein bisschen ruckeliger ist oder so, ist das kein Problem. Das hält. Und das sieht natürlich auch richtig schön aus. Damit kann man jetzt natürlich wieder präsentieren. Ich weiß es, die Apple-Besitzer, die präsentieren sehr gerne. Schau hier, was ich alles habe. Und da zeigt man es dann auch am Autoradio. Das ist eine clevere Idee. Genau. Jetzt mache ich mal hier kurz unten unseren Kollegen, unseren Herrn Telefunken unten mal aus. Und wir machen jetzt oben mal das große Autoradio an. Hier auch schön gemacht, blau hinterleuchtet mit VIP-Tasten, die sehr, sehr, sehr gut bedienbar sind. Man sieht es hier schön. Ein Lautstärkeregler. Dann haben wir hier natürlich die ganzen Thematiken links und rechts. Hier zum Draufdrücken, Titelvorsprung, Titelrücksprung. Hier haben wir Alternativfrequenz und natürlich auch Verkehrskennung. Das ist alles komplett in dem Radio auch mit drin. Und wenn Sie heute sagen, Sie möchten flexibel sein und das iPhone eben nutzen, was ich sehr schön finde, ist, du siehst eben auf dem Display über iTunes natürlich sofort das Cover von der CD und 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 die ganze Information. Das hat schon was. Wenn man das mit früher mal vergleicht mit den selbst aufgenommenen Kassetten, die man damals hatte, wo man alles noch per Hand beschriftet hat, das sah natürlich nicht so schön aus. Ganz klar, das war persönlich, aber optisch, naja, jetzt hier mit den Covern, die uns über das iPhone und iPod, meine Güte, was habe ich mit dem iPad immer heute hier? Vielleicht findest du es auch interessant, ist auch kein Wunder, ist ja auch ein Apple-Produkt. Also hier ist es wirklich so, dass ich, wenn ich sage, ich habe sogar bis 64 Gigabyte Speicherplatz gesetzt, den Fall, Sie haben zum Beispiel jetzt ein iPhone, was bis 64 Gigabyte geht, dann haben Sie natürlich ungefähr, was sind das bei mir, sind das bei 64 Gigabyte sind das ungefähr knapp 800 Alben, die ich draufkriege. Das ist eine lange Autofahrt, also da fährst du ein paar Mal durch Deutschland, um dir das alles anzuhören. Definitiv. Und der Vorteil eben wieder, USB-Stick auch zum Reintun oder eben hier unten auch der SD-Karten-Slock, RDS-Radio natürlich wieder mit drin, dann haben wir insgesamt 30 Stationsspeicher, was auch eine ganze Menge ist, wenn Sie viel durch Deutschland fahren und immer wieder Ihre passenden, tja, Sender einspeichern wollen, dann findet er die auch automatisch wieder. Und natürlich, wie man hier unten auch schön sieht, den Sender, also besser gesagt, den Text, hier sehen wir das File-Name und das kann man eben auch eingeben, Kalimba MP3, das ist jetzt die Aufnahme, die da läuft, das heißt also auch wieder den Text von den Aufnahmen komplett im Radio mit drin. Und dass wir sogar 30 Stationsspeicher haben, ist natürlich klasse. Es gibt viele Radios, die haben acht oder zehn und wenn man dann natürlich öfters mit dem Auto unterwegs ist, beruflich gesehen, und fährt durch verschiedene Sendegebiete, dann reicht das natürlich nicht aus. Dann fängt man irgendwann doch wieder an im übernächsten Bundesland mit dem Sendersuchlauf, erstmal seine Frequenz, seines Lieblingssenders wieder zu suchen. Klasse Idee, also hier natürlich auch zum ganz kleinen TV-Sonderpreis, ein wirklicher Problemlöser, der innovativ ist. Das finde ich hier so klasse. Auf die Idee erstmal zu kommen, da hätte ich drauf kommen müssen, hätte ich mir sichern müssen, diese Idee hätte ich ausgesorgt gehabt, bin ich nicht drauf gekommen, aber hier unsere Einkäufer bei Pearl TV, die haben direkt erkannt, das ist eine Idee, die muss unbedingt zu Ihnen, nicht unbedingt nach Hause, sondern in Ihr Auto, denn da gehört es hin, wunderschön mit den beleuchteten Tasten und das sieht richtig spacig aus, so an der Seite mit dem blauen. Der Vorteil hier ist einfach, dass ich eben mein iPod, mein iPhone oder meinen MP3-Player eben nicht klassisch über meinen analogen AUX-Eingang anschließen muss, sondern es wird direkt hier, Sie gehen unten mit dem Connectorkabel, dann hier in den USB rein, da haben Sie den riesen Vorteil, dass eben hier klanglich die kompletten digitalen Daten erst im Digital-Analog-Wandler im Autoradio selber in analoge Signal umgewandelt werden. Das heißt, der Störabstand ist wesentlich höher, es rauscht nicht mehr und ich habe eben die digitale Qualität von MP3 direkt von meinem iPhone ins Radio rein und das ist schon eine sehr tolle Sache und dass natürlich der Halter hier dann auch perfekt eingesteckt werden kann, den können Sie übrigens auch, wenn Sie wollen, einfach raus tun, das ist natürlich auch eine sehr praktikable Lösung und insofern haben Sie dann den Aufsatz, wenn Sie das iPhone dabei haben oder sagen einfach, jetzt habe ich gerade nur eine SD-Karte dabei, überhaupt kein Problem, geht alles mit dem Radio. Das ist genial. Auch hier unsere USB-Sticks hat man ja inzwischen eigentlich sowieso immer dabei, irgendwo in der Sackotasche, irgendwo in der Tasche hat man immer seine Lieblingsmusik, seine Lieblingsfotos dabei und die Musik kann man direkt auch wieder hören mit dem Autoradio. Das ist eine clevere Idee, die wir Ihnen hier bieten bei Pearl TV und das Ganze, wenn Sie uns jetzt anrufen unter der 080, 51, 51 und dreimal die 2. Das sieht auch wirklich genial aus mit dem Handy obendrauf. Finde ich wirklich klasse, aber Kai, also hier nochmal die Artikelnummer PX 1550 569, was natürlich genauso wichtig ist, wie das gute Radio ist natürlich auch für den guten Klang die Box im Auto. Ganz genau. Jetzt möchte ich bloß noch eins zu dem Autoradio sagen. Wir haben ja auch hier einen Vorverstärker-Ausgang. Das heißt, Sie können hier sich jederzeit auch eine klassische Heim-Hi-Fi-Anlage, eine Car-Hi-Fi-Anlage zusammenbauen, einen Verstärker anschließen. Da gibt es heute 1.000 Varianten und ganz wichtig, alle drei Autoradios haben die sogenannten DIN-ISO-Anschlüsse. Das heißt, ich muss nicht irgendwie anfangen zu löten, wenn ich mal ein neues Autoradio reinbaue, sondern diese DIN-ISO-Stecker sind eben in Europa genormt. Das bedeutet, altes Autoradio abstecken, neues Autoradio anstecken. Ein Tipp noch dazu, bei VW, bitte Schaltplus und Dauerplus wechseln, weil da ist immer das Problem, VW ist der einzige Hersteller in Deutschland, der genau diese beiden Anschlüsse mit Absicht wechselt, damit die Original-Autoradios gekauft werden. Da ist es dann so, dass sozusagen der Speicher bei Ihnen sonst im Radio leer geht. Also diese beiden Pins bitte wechseln, das ist nicht schwer. Das noch ein Tipp von mir dazu und dann haben Sie eben perfektes, ja, sozusagen Entertainment im Auto und wie du es richtig gesagt hast, was dazu fehlt, sind eben die passenden Lautsprecher und die bieten wir Ihnen jetzt auch noch mit an. Natürlich, sonst wären wir ja nicht PIRL TV, Ihr Teleshopping- und Beratungssender. So sieht das Ganze mal aus, wenn man oben die Abdeckung mal abnimmt, so kennen Sie das ja, so sieht es im Auto aus und das verbirgt sich dahinter, schauen Sie mal, Also das sieht natürlich auch, hier merkt man sofort, da kommt ein satter Klang raus. Ich denke immer an den Bass. Ich finde den Bass immer besonders wichtig. Ich weiß nicht warum, da gibt es ja auch so ein Lied, so Bass, Bass, wir brauchen Bass. Das war vor ein paar Jahren mal gewesen, fällt mir dazu ein. Also liebe Zuschauer, das ist immer wichtig, es muss gut klingen. Was nützt Ihnen wirklich das beste Autoradio? Was nützt Ihnen Ihre Lieblingsmusik, wenn es dann so von der Rückbank nur knarzt und krächt und knackt, dann hat man auch keinen Spaß daran und man möchte ja gerne auch mal, wenn die Autobahn frei ist abends und man ist eigentlich so fast alleine auf der Autobahn unterwegs, dann dreht man schon mal richtig schön laut auf und man sagt, okay, Straße gehört mir, mit meiner Lieblingsmusik komme ich meinem Ziel jetzt näher. Das hier ist perfekt für Sie, perfekt dazu geeignet. Sie bekommen ja hier vier Stück. Ganz genau. Ein Set mit jeweils zweimal 16,5 Zentimetern DIN-Einbaumaß. Über 60 Prozent der Autos, die heute zu kaufen sind, haben die klassischen 16,5 oder 13,5 Zentimeter Einbauschächte. 16,5 in den Türtaschen bedeutet für Sie ein ganzes Stück mehr Bass. Da vielleicht ab und zu mal probieren, wenn Sie die Lautsprecher nachrüsten. Einen von den beiden verpolen, sollten Sie keinen Bass in den Fußraum kriegen. Das ist die einfachste Lösung, um da wirklich was rauszubekommen. Abdeckung ist drin und wir haben zwei 8x6 sozusagen Zöller noch mit dabei, die zum Beispiel in größeren amerikanischen Autos sofort Kuga, diese Dinge sind, die immer hinten eingebaut gewesen, um mehr Membranfläche zu kriegen. Das kommt als komplettes Vierer-Set zu Ihnen nach Hause. Polypropylen-Membrane, die Hochtöner, hier bei deinem Zweimegelsystem sind übrigens 21 Millimeter groß. Das heißt, auch ein sauber auflösender Hochtonbereich und eben ein Polyprop-Mitteltieftöner, der auch richtig schön Auslenkung machen kann. Sie sehen die großen Magnete. 4 Ohm ist bis 30 Watt RMS-Dauerleistung belastbar. Also da kriege ich schon aus den Türen vorne einiges raus. Was ich Ihnen nicht empfehlen würde, das war über die Jahre der Fall, dass die Leute sich diese Dinge auf die Heckablage eingeschnitzt haben. Um Gottes Willen, bitte nicht mehr machen, wenn Sie heute einen Auffahrunfall haben und so eine Heckablage geht mal los, sind Sie geköpft. Ganz klare Sache. Ich kenne das aus langen, langen Jahren Erfahrung in dieser Branche. Es gab da damals aus MDF richtig schwere Ablagen und als dann die Unfälle kamen, gab es wirklich schwere Verletzungen in den Autos. Nutzen Sie bitte heute, weil das ist von der Autoindustrie schon so konzipiert, die Original-Einbau-Lautsprecher-Schächte, weil die eben dafür konzipiert sind, da haben Sie mit den 16,5er vorne viel Platz. Und wenn Sie sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel einen VW-Bus oder irgendwas in der Richtung, passen eben die 8 mal 6 Zoll, die wir hier noch auf der anderen Seite haben, als Dreiwegesystem. Oh, noch perfekt dazu kommen, den gebe ich dir noch über dir. Zack. Ach, die sehen auch wirklich klasse aus. Genau. Das sind die Original-ehemals-amerikanischen Maße. Ja. Das wurde in der Amerika noch verbaut. Schönes Dreiwegesystem, 19 mm Hochtöner, eine 2,5 cm Mittelton-Kalotte und ein 8 mal 6 Zoll großer Tieftöner. Schrauben sehe ich nicht auch dabei direkt hier. Ganz genau. Alles im Original-Zubuhr mit dabei. Bis 50 Watt RMS-Dauerbelastbar. Und wenn Sie das Set zusammen kaufen, dann zahlen Sie noch nicht mal, und das ist der Knaller, 25 Euro. Tun Sie sich das an. Es klingt wirklich gut. Ich habe es ausprobiert, kann es Ihnen nur empfehlen. Und damit kriegen Sie eben zum passenden Autoradio auch den passenden Sound ins Auto. Dann bleibt uns...